Du bist in mein Herz gefallen, wie in ein verlassenes Haus. Hast die Türen und Fenster weit aufgerissen, das Licht kann rein und raus. Jetzt kommen die fette Tage, Linda, wir haben so lange auf dich gespart. Was sollen wir uns sagen, Kinder? Warum willst du in die SED? Weil die Ideale des Kommunismus auch meine ganz persönlichen sind. Also wenn es die nicht schon gäbe, die Welt anschauen, dann hätte ich da auch selber drauf kommen können. Ich muss Ihnen noch mal weinen? Frühschicht, ciao. Entschuldigung, ich wollte nicht stehen. Na, du willst mich ja nicht. Und wenn doch? Es hat einen Unfall gegeben. Es gab den Tod. Ich hab euch das gesagt. Ich hab euch das gesagt. Was soll denn immer gegen den Strom schwimmen? Wenn es sein muss. Ja, das ist doch kein Leben gut. Das könnte so ein schönes Land sein. Das ist ein schönes Land. Ich war Kommunist. Man kann ja Kommunist sein, ohne ein Schwein zu sein. Ich werde nicht um Verzeihung bitten. Aber mir selbst kann ich das nicht verzeihen. Schämst du dich für mich? Ich bin bei dir. Was wird das? Na, ich guck einfach so lange in den Spiegel, bis ich mir mein Leben glaube. Ich guck einfach so lange in den Spiegel, bis ich mir mein Leben glaube.